Viele hielten es für eine Legende. Doch jetzt geht eine seit Jahrhunderten andauernde Schatzsuche in ein neues Kapitel. Die Hinweise sind sehr vage und der Weg ist nicht leicht. Du kennst dich doch aus. Bist du dabei? Warum kommen sie damit ausgerechnet zu mir? Aber bedenken sie, es gibt noch andere, die unter den Schatz erstellen. Wir haben jetzt alles zusammen, alle Zahlen, alle Infos und heben jetzt den Schatz. Seien sie dabei, wenn das Geheimnis des Schatzes endgültig gelüftet wird. Reden nicht von, wir holen ein paar kleine Münzen raus. Wir holen hier die richtig kranken Dinger raus. Das ist die größte Grabungsaktion in der Geschichte der Menschheit. Lässt dich ultra scheiße buddeln. Da brauchen wir einen scheiß Bagger. Wir brauchen da nicht einen Bagger für. Großfläch freilinken. Schön großflächig. Ich kann mir jetzt wirklich keinen Ärger leisten. Also ich gehe auf große Tunde. Ich will diese Schatztode rausholen. Eine Vielzahl von Gefahren lauert auf diesem Weg. Am Ende kann nur einer den Schatz bergen. Leute, die Kiste. Wir wollen die Kiste. Nehmen Sie sich in Acht. Der Grottenolm hält wach. Urlaub und die Plünderer des vergessenen Schatzes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017